Warum bin ich denn für Gronkh? Er macht die besten Let's Plays, die ich kenne. Also ich kenne keinen YouTuber, der besser ist als er. Er hat sehr viele Abonnenten. Mehr als 3 Millionen. Sein Profilbild ist sehr gut. Das ist mein dritter Grund dafür, dass ich für ihn bin. Der vierte Grund. Seine Videoqualität ist hervorragend und er hat viele Fans. Ich bin auch ein Fan von ihm. Fünftens. Er hat auch auf seiner Facebook-Seite viele Follower. Sechstens. Seine Homepage ist auch gut. Er hat auch eine.